Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier zu ZOMBEL, Radar Rezept Text. Ja, wir sind auf dem Weg zum Buckingham Palace, wir werden von jeden Mengen Zombies angegriffen. Oh Mann, hey. Und wir verlieren immer mehr Leben. Wir haben nur noch ganz viele Erste Hilfe. Ah ja. Ja, das kriegen wir hin. Sterben dürfen wir noch nicht, das weiß ich. Tier plündert das Bergkurs hessentier. Komisches Tier. Da drin ist was. Wow. Du Arsch. Du bist ein Arsch. Du kleiner Camper. Du bist ein kleiner Camper, weißt du das? Ho. Lol. Was? Der kleine Camper, hey. Ah, okay. Sogar wirklich nur ein Medikit. Aber da liegt ja nochmal eins. Immer mit. Lol. Ein Camper. Das kommt davon, wenn man nicht scannt. Ja, sonst ist hier absolut nichts mehr. Grad. Zu sehen. Komm ich nicht durch. Das ist nichts. Das muss hier ja noch mehr Zombies sein. Kann nicht sein, dass das alles war. Ja, hier. Und die ganzen Sanitäter. Die haben ja noch alles gemacht, dass jeder überlebt. Der Regen macht alles noch schlimmer. Alles gruseliger. Alles. Dietrich erforderlich. Da muss ich ja hin. Ja. Da kann ich nicht mehr reden, hä? Nicht klein zu kriegen. Ja, das lustige ist... Wo kann ich meine Karte aktualisieren? Gar nicht hier. Ist halt scheiße. Er hat halt keinen Kontakt zu mir. Stirb. Hast du was? Ja, hast du. Nimm mal mit. Energy Drink. Da rennt was. Da. Da rennt doch was. Da rennt was. Objekt. Ah, ich muss jetzt erst davor. Das Objekt. Nein, da drin nicht. Hä? Wie komme ich da zu dem Objekt? Hä? Wo ist der Zombie hin? Wo bin ich jetzt? Verpeilt. Da war doch was. Nimm, geh ist da, ja? Da ist er doch. Da ist der Zombie. Sagen wir es nur eines. Komm her. Oh nein, es sind mehr. Weg da. Boah, es sind noch hinter uns. Wir schießen. 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 Wir halten nicht so viel Kämpfen. Headshot. Ah, ist wieder so ein... So ein Arsch. Oh, verprügeln muss. Ja, äh, wo ist meine Waffe? Oh nein, ich dubel. Nein. Oh. Oh, Mann. Ich wollte hier doch wegpacken. Nicht legen. Du bist tot. Nein. Jetzt passiert das, was ich nicht wollte. Meine... Oh, nein. Oh, bin ich dumm. Scheiße. Das ist jetzt totaler Scheiß. Denn jetzt passiert nämlich das, wir müssen unsere Sachen wiederholen und das ohne nichts. Bah. Das ist noch nicht bitter. Das ist bitter. Ich hoffe nur, dass in der Zeit keine Zombies da wieder spawnen, weil dann ist es natürlich wieder scheiße. Pfff. Bommel, ich auch nie Mine. Ah. Ah. Ich dubel. Ja, das kann halt passieren. Sprengstoff ist nicht zu spaßen, hä? Mann. Ich wollte dich doch nur verklopfen. Jetzt habe ich auch in die Biene gelegt. Äh. Voll lauter. Aha. Ich kriege so einen Kotzen. Der Ladebildschirm dauert auch lang. Weh. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Oh, Mann. Mann. Kriege ich einen Kotzreiter. Ohne Witz. Ich meine Scheiße. Scheiße. Ja, ich lade es immer noch. Ich lade es lange. Sehr lange. Bis zum nächsten Mal. Nein, Spaß. Oh, Mann. Es kotzt mich hier an. Das ist doch jetzt so ein Reiz. So ein Reiz, hä? Ohne Witz. Das ist doch echt, hä? Nicht zu spaßen. Oh. Das ist doch unfair. Der Zombie ist mit, mit so einem Schutz. Äh. Äh. Und wie wurden die eigentlich bezieht? Die hat doch einen Schutz. Äh. Ja. Ja. Gute Frage. Wer weiß, wer weiß. Sprach der Kreis. Und der ladet immer noch. Bis, bis, bis der Ladespiel, Bildschirm uns. Kein Bock mehr hat auf uns, oder? Ja, lade Bildschirm. War jetzt die Sprengung so stark, dass du jetzt nicht mal laden kannst, oder? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich schon. Das kann gut möglich sein. Wir sind ja zum Zombie geworden. Nein, eigentlich sind wir ja keine zum Zombie geworden. Das sind wir eigentlich verrückt an dem Sprengstoff. Und nicht an dem Biss. Auch cool, oder? So kann man es auch machen. Ne, niemals war ich gebissen. Ich sterbe lieber an dem Sprengstoff. Keiner Mine. Hallo, Spiel? Spiel mag nicht mehr. Das hat keine Lust. Spiel mag nicht mehr. Ja? Hallo? Ja, ich denke mal, wir sehen uns dann, sobald es weitergeht. Komm schon, schwing die Hufe. Du musst in den Buckingham Palace. Nur da gibt es Warten und Nachschub. Auch wenn dort infizierte Rumblungen... Ja, und somit spielen wir einen anderen Charakter. Da wir ja gestorben sind, leider müssen wir sie weiterspielen. Das Spiel hat sich komischerweise aufgehangen. Denkt mal, dass unsere Sachen da jetzt auch weg sind, weil ich das Spiel neu starten musste. Total behindert. Versuchung? Lieber John, es tut mir leid, aber ich glaube nicht, dass wir in diesem Punkt zu einer Übereinstimmung kommen können. Du scheinst bei der Lektüre der Schwarzen Prophezeiung felsenfest von verbrannter Erde auszugehen. Während ich und Ron und viele der anderen es mir als Warnung verstehen... Hier hat alles angefangen und hier wird es enden. Versprochen. Fütze das Safehouse. Dein Überleben hängt davon ab. Ja, schön für dich. Du musst doch zum Buckingham Palace. Oh Mann, ey, das kotzt mich an. Dann bleibt auch noch das Spiel hängen. Und, ja, scheiße war's, hä? Du musst doch zum Buckingham. Ah, ich kann die Abkürzung gehen. Wir haben ja eine Abkürzung freigeschalten. Oh. Dann sparen wir uns einen kleinen Weg. Ja, fast, fast alle Sachen sind gut weg. Unfair. Egal. Wir gehen, Abkürzung, zum Buckingham, oder? Weißt du, Victoria Memorial? Äh, welches ist jetzt was? Springham, Buckingham? Hä? Da muss ich hin. Gut, da ist auch mein Tod. Och Mann. Ist das uncool. Und wir spielen einen weiblichen Charakter. Genau, weil die ja so viel hauen kann. So, ich hab's einfach mal übersprungen. Es ist toll. Ein Rabenunterschlupf. So, hier müssen wir raus, oder? Ja. Müssen wir da hoch. Äh, ja, da brauch ich Dietrich vorne. Und hier raus. Jetzt die Frage. Die Zombies, sind die tot? Karte aktualisiert. Kuchen. Oder kommen die Zombies wieder? Boah. Keine Zombies. Zumindest mal jetzt. Ich hoffe mal, dass auch keine kommen. Hallo? Boah, durch den Regen sieht man alles so schlecht. Doch, Zombie. Ach, Mann. Ich hab gedacht, jetzt kann ich durchspazieren. Aber dass wieder neue Zombies kommen. Schlag doch. Ja, die Steuerung ist gewöhnungsbedürftig, leider. So, kommt noch einer? Brauch's mal nicht. So, jetzt sind wir hier drin. Ah, da war noch ein Verteiler. Den hab ich gar nicht gesehen. Sieh's mal. Äh. Jetzt hab ich noch die Karte. Hier, den hatte ich vorher nicht gesehen. Oh, Mann. Ist so scheiße gewesen. Ich kann natürlich hier Ratten mitnehmen, aber. Nee, nee. Frage. Da ist was. Ratte? Das ist auf der anderen Seite. Hä? Wirklich auf der anderen Seite. Da rennt's hier noch der andere Double rum. Ah, nee. Das ist ja eine Mine verstorben. Ho. Da lieg ich. Da lieg mal eine Leiche. Mann, ey. Aber wir kriegen unsere Sachen wieder. Das ist halt das einzig Gute. Keinen Platz. Äh. Wegwerfen. Wegwerfen. Infizierter. Der ist doch infiziert dann. Okay. Wir können weitermachen, leider. Mit einem weiblichen Charakter. Wow. Objekt. Infizierter. Objekt. Objekt. Oh Mann. Was für ein Pech muss man haben. Ingetein ist voll. Dahinter. Hopp da. Stirb einfach. Muni, geh mal mit. Ich mach jetzt kurz was anderes. Die setze ich auf eins. Den setze ich auf zwei. Drei. Ah ne. Ich kann gar nicht den auch. Gar nicht auf zwei setzen. Die setze ich auf zwei. Drei. Vier. eine Tafel. Ne Tafel. Ne Tafel. Wow. Äh. Ich benutze den. Kann ich gar nicht benutzen. Ach so scheiße. Weg. Wieder ran. Muni. Muni ist immer gut. Was? 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 Was war das? Hier. Hä? Was war das für ein Geräusch? Mann. Hallo? Was? Warum ist da so viel Zeug? Boah. Leck mich. Ich nehme mich da weg. Äh. Nnamnamnamnamnamnamnamnamnam. Ich weiß nicht weg. Kann ich auch mitnehmen, oder? Kann ich nicht. Ich weiß nicht. Das wieder da rein. Geht gar nicht. Ist das weg? Oh ne. Was ist das? Dietrich Ersatz brauche ich auf jeden Fall. Ah. Okay. Muni. Okay. Mehr kann ich leider nicht mitsteppen. Vorerst. Komme ich in die ganzen Türen rein. Oh. Kommen die Zombies, hä? Kommen mehr? Oder war es das? Augen auf, Soldat. In die Tür zu kommen. Augen auf. Wow. Oh. Oh, die kommen von da. Kann sie mit dem MG töten. Wow. Da kommt keiner. Okay. Hab schiss, dass hinter meiner kommt. Nee. Kommt keiner. Ich bring sie alle um. Ich bring sie alle um. Stirb doch einfach. Nachladen. Nachladen. Schnell. Ohohoho. Schnell. Mach hinne. Wow. Häufel kommen da. Ein paar viele. Ein paar viele kommen da. Kommen die denn alle her? Hallo. Stirb doch einfach. Ah, die sind kugelgesichert, hä? Egal. Ein paar Schüsse erreicht. Gehen die auch kaputt. Stirb. Kann aber eigentlich naheladen, hä? Er lebt immer noch. Äh, Geschütz ist leer. Verdammt. Ich hab zu viel geschossen. Stirb einfach. Stirb. Pam. Das waren alle. Hab eh keinen Platz. Boah, Alter. Wie viel aufhören wir kamen. Wir haben alle plünderte Objekte. Was habt ihr denn alles? Kann ich mitnehmen? Ja. Na? Mitnehmen? Kann ich mitnehmen? Aber ich hab einfach so Platz. Ach, das eine war MG-Money, was ich da hatte. Deswegen. Was ich hinten hatte. Das war MG-Money. Gott sei Dank hab ich alles eingepackt. Kein Platz mehr. Boah. Das schmeiß ich weg. Der mit. Der mit. Schließen. Okay. Hier kann ich speichern. Aktivieren. Ah. Waffen verbessern, hä? Okay. Was brauch ich da? FK. Benutzen. Bis sie das auswerten. Oh ja. Dann kann ich meine Waffen sogar verbessern. Okay. Hab ich verbessert. Sonst hier noch was drin? Ne. Dann speichern wir mal und gehen eine Runde schlafen. Unglaublich. Ha. Geh ab. Geh voll ab. Ein Opfer. Ist leider von uns gegangen. Eine neue. Heldin wurde geboren. Ja. So ist das halt, hä? Würde ich mal sagen. So. Dann. Äh. Denke ich mal. Ich beende hier den Part. Denn ich muss den ein bisschen zusammenschnippeln. Das hat ja doch ein bisschen. Äh. Probleme gegeben. Hat sich beim Ladebildschirm. Ich weiß gar nicht wie weit ich bin. Bevor die doch zu lang wird. Beende ich hier diesen Part. Im nächsten Part werden wir weitergehen. Wir haben jetzt einen Dietrich. Wir haben ein bisschen Uni. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Lasst es da. Kommt da. Bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.